Musik 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 Hallo Zepaft Von der viel von dir selbst und erwarte wenig von dem Anderen. Eine gute Rede ist eine Ansprache für viele Dialogen. Die Rätsel sind das Gewissen ist fähig, Unrecht für Recht zu halten und kennt keine Gnade. Und kennt keine Gnade. Gnade! Alles, was du dir vorstellst. Ist eine Illusion. Denke nicht, dass du damit durchkommst. Denn das ist unmöglich. Das Gewissen ist fähig, Unrecht für Recht zu halten und kennt keine Gnade. Und kennt keine Gnade. Das Gewissen ist fähig. 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 Das Gewissen ist fähig.